Einen wunderschönen guten Morgen meine Freunde, mein Name ist Jonny, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon im Titel gesehen habt, wird etwas cooles stattfinden. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall, dass ich duschen gehen werde. Danach gibt es ein richtig geiles, fettes Frühstück und dann werden wir ein paar Sachen mal aufklären. So Leute, Brusthaare und Kurve wurden jetzt gerade rasiert und jetzt noch ein bisschen Gesicht. Jetzt rasiert mich noch ein bisschen weiser und dann drückt mich ab, machen noch ein Buggy Wonderland. Nur für euch, Buggy Wonderland, Leute, ist meine tägliche Duscheinheit bzw. Story, die ich mache zu dem Song Buggy Wonderland. Und dann tanze ich euch ein bisschen mit dem Handtuch um die Hüfte, genau. Und dann flexe ich für euch jeden Morgen und dann habt ihr alle gute Laune und das schreibt mir auf jeden Fall. Let's do this, let's dry and let's eat. So Leute, Frühstück steht auf jeden Fall jetzt dann gleich an. Wir machen uns was richtig geiles und zwar unseren täglichen Haferflockenkuchen. Ganz easy, was ihr dazu braucht, sind Haferflocken am Marokka-Way Isolate. Ich habe hier am Karamell-Popcorn, das neue Geschmackkoppel. Link habe ich allen, liebe Freunde. Einfach mal gönnen. Ich mache es mal mit Schoko, reiche ich den Schokokuchen und mit Smack-Tasty Kiddy-Schoko. Machst erst mal die Haarflocken in die Mikrowelle rein, dann warte ich ein bisschen, bis die Haarflocken aufgekocht sind bzw. aufgequollen. Dann mache ich ein bisschen Whey dazu, ein bisschen Smack-Tasty Kiddy-Schoko-Turine. Verrührt ihr ein bisschen, dann macht sie wieder in die Mikrowelle rein und dann habt ihr auch einen Kuchen. Dazu schneiden wir uns ein bisschen Apfel, ein bisschen Orangen, heute sogar Blutorangen. Und eine Kiwi, ganz ganz wichtig. Und dazu machen wir noch ein bisschen Magerqualk. Let's go, let's do breakfast. Frühstück ist angerichtet, Leute. Es sieht einfach grandios aus. Heutiges Wicht 93,2. Keine Ahnung, was ist nicht los. Es ist echt weniger als davor und nehmen halt nicht ab. Vielleicht muss man nochmal die Kalorien nicht reduzieren. Oder halt die Aktivität erhöhen. Keine Ahnung, was da los ist. Oder die Waage spinnt. Kann auch sein. Also meine Freunde, wir sind angekommen. Wir haben gerade die Schlüsselübergabe gemacht. Und jetzt fahren wir hoch in die neue Wohnung von Crazy. Und verarscht, Leute. Ich bin jetzt in der WG. Zuerst pumpen wir, bevor ich euch alles zeige. Was pumpst du Beine, wa? Ja, bisschen leck, Freunde. Ich bin Duschfreiseite. Geht noch. Ja, gell. Ist nicht so schlimm. Alles gut. Ich will es auch nicht sagen, dass es irgendwie auch so gewöhnlich riecht. Nö. Ich bin kein Stinker, das ist gut. Paul ballert jetzt auf jeden Fall... Ich hab ja noch schon mit. Paul ballert jetzt auf jeden Fall Beine. Ist gut. Ich mach Schulter, Arme normalerweise, ja. Ich zieh mich schon mal kurz um. Dann ballern wir ein bisschen Gold. Und Leute, es gibt eine richtig... Hä? Danke. Leute, es gibt auf jeden Fall eine richtig, richtig krasse Aktion. Und zwar, ab einem Bestellwert von 25 Euro, Leute, könnt ihr im Shop diese geilen Dinger erhalten. Einmal Smack-Tastic, Dorigan, Flop, Power, Kini-Sugar, Caramel, Crisp. Dann haben wir einmal die Pink Essentials, die waren die Summer Unlimiteds. Dann haben wir Strong, Kiwi-Lime-Sorbet, das war auch die Summer Unlimiteds, Leute. Und Gold. Ihr habt da viele Portionen. Ich glaub, wie viele Gold? Strong? Neun. Neun Gold, neun Pink Essentials, 30 Portionen Smack-Tastic, Leute. Und Gold habt ihr auch, glaub ich, fünf Portionen. Richtig krass. An dieser Stelle sogar mit Lemon, Loco Lemon. Das ist ein richtig geiler Geschmack, der war am Weihnachtskalender am Start. Leider nur eine Tüte, ich hätte gerne eine ganze Packung gehabt. Aber jetzt habt ihr die Möglichkeit, zuzuschlagen. Also pro Bestellung, ab einem Bestellwert von 25 Euro, bekommt ihr diese geilen Dinger am Start. Die habt ihr immer dann am Start. Und die Aktion ist wirklich durchgehend. Bis alles leer ist, Leute. Und Leute, ganz, ganz wichtig, nur den Link in meiner Beschreibung, auf meiner Instagram-Biografie, könnt ihr darüber bestellen. Auf jeden Fall, meine wenigen Go-Boost, weil ich auch brutal bin. In Fahrt, zwei Scoops, let's go. 160 Kilogramm, wenn es mal getestet. Ich weiß schon, ich gehe nicht maximal runter, Leute. Ich habe trotzdem davon Schultermuskelkater an der vorderen Schulter. Und kann nur durch meine eigenen Gains salen. Wenn es euch nicht an dieser Stelle gefällt, dass ich Half-Raps mache, aber Full-Gains, dann macht es mal nach und guckt mal, wie ihr stärker werdet. Und jetzt machen wir schön Seitheben und Ball am Netz, richtige Schulterdrucken. Das war jetzt Half-Raps, Full-Shit. So, Leute. Meine Schulter zerreißt halt komplett. Ich wackele mit der Kamera bis zum Tode. Training ist beendet. Und jetzt fahren wir zu meiner Wohnung. Let's go. So, Leute. Willkommen in meiner Flat. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz. Kurze Rundruhe. Kommt. Hier lang. Wir gehen gleich mal ins Badezimmer. Ihr werdet auch eine Kleinigkeit überarbeiten, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier eine Badewanne, eine Dusche, jede Duschwand, natürlich, damit nichts herumspritzt. Toilette, Waschbecken, alles cool. Und es werden noch ein paar Silikonfugen wieder zugemacht und überarbeitet, wie gesagt. So sieht es aus, Leute. Und jetzt gehen wir in jeden Raum hier. Und ich mache hier die Tür zu. So. Hier ist das Schlafzimmer, Leute. Hier kommt ein schöner Fernseher. Hier eine schöne Komode. Da kann man Prämonen reinmachen. Wir haben auf jeden Fall zwei Balkone. Einmal hier und einmal drüben ein. Und das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gechillt aus. Komm mit. Dann zeige ich euch mal die Küche. Küche und Wohn- und Essbereich. Hier kommt auf jeden Fall ein richtig schönes Gemäld von Hatsuri hin. Und hier kommt ein schöner Esstisch hin. Wir haben schon alles ganz genau abgesprochen. Hier kommt ein schöner Esstisch hin. Vier Stühle, noch ein richtig schöner Teppich. Dann sind wir jetzt hier in der Küche. Hier kommt eine richtig schöne Küchenzeile. Geht auf der gleichen Höhe. Dass wir jetzt hier so gesagt eine Insel haben, wo wir dann halt hier schneiden können. Oder fahrende Topf drauf alles stellen können oder sonstiges. Und es wird dann so gesagt auch mal ins Baden. Das ist vielleicht, wenn wir hier ein, zwei Hockey machen. Und dann haben wir auch eine schöne Sitzecke. Also es wird auf jeden Fall richtig cool aussehen, wie ihr sehen könnt. Die Küche habe ich genauso hochgeholt wie bei den Jungs in der Wohnung. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Und hier kommt eine kleine Chill-Ecke hin. Da hätte ich mir auch was vorgestellt, dass man hier vielleicht einen Fernseher macht oder so. Auch schweckbar oder so. Haben wir drei Fernseher. Ein und vor. Wir können eine Spiele-Ecke draus machen. Nein. Herr Rai spaziert in unser Bauzimmer. Wir wissen schon ganz genau, wie wir alles einrichten. Hier kommen die Schreibtische. Da kann sie Unimann. Ich kann auch was machen mit meiner Arbeit, Freunde. Also das ist unser kleiner Arbeitsplatz. In die Ecke kommt der Schiff, die schöne dicke Couch, wo dann Quarky in Italien wird. Und die ist halt richtig bequem und richtig gut. Hier einen schönen Fernseher, wo ich hier noch eine Leiste dran machen kann. Ich kann in meinen Nachbarn voll ins ganze Zeug herbekommen, sonst fahren wir noch zum Baumarkt. So sieht es auf jeden Fall aus, meine liebe Freunde. Ich bin ziemlich gespannt, wie es eigentlich strahlend hier aussehen wird und wie es sich anders mit dem Handeln wirkt. Und es ist echt hammergeil. Ja Leute, auf jeden Fall, wir werden jetzt dann auch gleich was zum Essen holen. Und dann werden wir zu dem lieben Amori fahren. Ihr werdet es auf jeden Fall dann gleich sehen. Und wir gehen dann gleich zum Sonemann. Let's go! Essen und jetzt sind wir auf dem Weg zu unserem lieben Sonemann, dem Amori, der 54 Kilo treu. So Leute, Planänderung. Wir waren jetzt schon ganz kurz dort, aber wir mussten ganz, ganz schnell weg bei einem Termin bei Ikea. Wir müssen uns noch ein paar Möbel angucken. Wir suchen jetzt nach einer Couch, nach Schränken, einfach nach dem, was wir gebrauchen könnten. Die Couch ist hier. Das ist nicht so ein Highlight. Müssen wir gucken, ob es noch irgendwo andere Couches gibt. Ne. Ich werde jetzt mal die Cam wegpacken, Leute. Hier sind richtig viele Mitarbeiter. Leider hat schon gesagt, ich darf hier nicht filmen. Also ich packe jetzt die Cam weg. Wir sehen uns zu Hause bei der nächsten Matte. So meine lieben Freunde, wir sind jetzt wieder zurück vom Ikea. Und auf jeden Fall, wir müssen jetzt eine Kleinigkeit nur zum Essen, weil der Burik hat heute zwischen 6, 700 Kalorien gehabt. Und ich darf ja nur 1200 irgendwas essen. Und ich habe mir jetzt extra Kalorien extra offen gelassen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen Soja-Chicken essen. Dazu gibt es noch ein bisschen Gemüse. Und das war es auch ehrlich gesagt. Danach gibt es einen schönen fetten Quarki. Und dazu werde ich auf jeden Fall ein extra Video machen. Und dann könnt ihr jedes Mal, wenn ich ein Quarki mache, abswipen in der Story. Und dann bekomme ich richtig viele Klicks. Danke an dieser Stelle auf jeden Fall. Ich verabschiede mich auch auf jeden Fall an dieser Stelle. Haut's rein. Euer Jonny. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, kein Abhören. Glocke aktivieren. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Peace out.